20 Jahre verbotene Liebe, das ist eine lange Zeit und was ich einfach jetzt an der Stelle sagen möchte, ist nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an alle, die das möglich gemacht haben. Natürlich hier im Team, in der Produktion, die Schauspieler, die Kollegen und natürlich zu guter Letzt die Fans, ohne die das alles hier überhaupt nicht möglich gewesen wäre, denn die Fans haben uns 20 Jahre lang die Treue gehalten und tun es auch jetzt und ja, ich bin immer wieder, ja, also mir erweicht immer wieder das Herz, wenn ich sehe, wie loyal die Zuschauer sind und wie oft die Leute auch jetzt immer noch zu mir ankommen oder mir schreiben und sagen, hey, wir wollen, dass es weitergeht, hey, wir lieben diese Serie, also danke dafür und wir sehen uns ganz bestimmt im nächsten Jahr.